Hallo, ich bin Eric... Eric Tverter, der Chef von UPC-Kabelcomer. Er will Ihnen sagen, was alles schon ohne Zusatzkosten in Ihrer Kabeldose steckt. Erstens, mit Basic TV bekommen Sie schon heute 70 Senderdaten von 43 in HD. Zweitens, Basic Internet mit 2 Megabit pro Sekunden und... Drittens, mit Basic Phone sogar einen gratis Festnetzanschluss. Den Telefonanschluss von einem anderen Anbieter. Können Sie sich also sparen. Genau. Weil Sie mich haben, haben Sie bereits all das schon. Digitals Fernseh, Internet, Telefonanschluss und noch viel mehr. Das alles ohne Zusatzkosten.